Wurden Allergien irgendeiner Art ausgelöst? Ja? Entschuldigung. Dann müssen wir die Dosis etwas erhöhen. Das war jetzt die kleine Dosis. Es gibt dann noch eine zweite Katze, die Chris Hazel bekomponiert hat. Insgesamt waren es vier. Wir haben heute zwei ausgesucht. Die höheren Dosen gibt es dann beim nächsten Konzert, es gibt noch ein bisschen mehr. Die Katze heißt Kraken oder Kraken, weil sie sich so aufhört, als hätte sie acht Arme, die sie einmal oben am Vorhang auf der Vorhangstange, dann ist sie unter dem Tisch und überall und zerlegt die ganze Wohnung. Es wird schon ein bisschen lauter, ein bisschen fetziger. Mr. Jumps und sein Bruder Kraken. Er ist ein bisschen die Dosis. Musik 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 Applaudissements